Okay, c'est un gollo. Oh, in Spanisch kannst du die, ne? Hola, ¿qué tal? Und damit bin ich auf einem neuen, äh, wie heißt das Format nochmal? PBT! Football World Tournament! Alter, nein! Nee! Nee! Wie ist das noch? Timo will unbedingt gewinnen! Okay, also. Erstmal, um ein paar Sachen klarzustellen. Dabei ist heute Dario und Kaya. Sag mal hallo. 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 Sind heute dabei. Ich kämpfe zwar nur gegen Dario, aber Kaya ist, äh, Darios Chili darin. Kaya ist meine hilfende Hand hier. Ich hab das Team ausgesucht. Ist halt ehrlich so. Also, wir haben mal... Also, da weiß ich schon mal, wen ich hassen darf. Real Rap, ey. Also, ihr seid, äh, wie hieß der? Also, es war... Ich hab Kaya halt so gefragt, so. Yo, was für einen Arena-Leiter willst du haben? Oh, ich fand die Sinnohregion ganz toll. Und da hab ich so gefragt halt, ja, welchen Arena-Leiter willst du denn? Ach, Hilda. Und dann so. Hilda, Hilda? Ja, genau. Und dann war da so ein Girl, was hochgesprungen ist. Oh, die Hilda, die hat Lucario. Nee, die macht Kampfsport. Und dann war ich so, boah, die nehm ich. Die ist cool. Weißt du, ich dachte, ich spiel Bianca und spiel sogar meinen Miltang mit Walzer und dann kann ich das nicht mehr einsetzen. Das ist richtig. Okay, das kann was werden. Aber Leute, auch diese Begegnungen gab es im Pokémon World Tournament. Und richtig dumm, damals beim Pokémon World Tournament war es einfach so, dass zum Beispiel so ein Kampf kam und dann hat trotzdem Bianca gewonnen. Das heißt, genau das wollen wir heute auch schaffen. Und zwar will ich den Kampf jetzt hier trotzdem gewinnen. Ja, ja, werden wir sehen, Timo, werden wir sehen. Ganz entspannt. Das ist so mein Team auswählen. Also ich würde sagen, den Typenvorteil hast du auf deiner Seite. Auf jeden Fall, ja. Guck mal, sieht der sexy aus, der Boy? Mega. Alter. Würdest du mit dem Gehen so um die Ecke? Nicht nur um die Ecke, du. Oh, wie war das? Bist du und endlich gehalten? Und noch viel weiter! Muss man bringen, mir so ein Girl dabei. Oh, Leukario. Wollen wir es um die Ecke bringen hier? Und noch viel weiter. Klatsch mich. Und noch viel weiter. Alter, du bist ja von einer Seite des Ufers hier, wenn ich mir das Ding ankomme. Ich bin ja ein Mädchen, Mann. Hallo! Weil ich ein Mädchen bin. Guck mal, der will sogar geklatscht werden. Der will, oh, ich geslapte dich richtig jetzt. Oh, was, was, Moment, komm, ich mach hier ein bisschen Handicap-mäßig. Nee, nee, nee. Was willst du drücken? Oh, äh. Ich würde jetzt sagen... Warte, dann kann ich nicht sagen, dass ich verloren habe. Ja, genau. Ist das okay? Ja, das... Hä? Sagst du, das ist okay? Ja, ich denke schon. We are in. Ja, ist okay, perfekt. Ich denke, das ist ganz gut. Oh, ohne Normaljuwel spielst du das Ding? Erstmal den Fokusgurt anbrechen. Alter, das war gar nicht so wenig Damage, ne? Das war echt gut Damage, das war. Frag nicht. Okay, was sagst du jetzt? Ja, was ist jetzt mein Switchen, ne? Also... Du hast einen Switch? Nee, irgendwie nicht. Guck mal, Timo's Team an hier, da laden wir in die Lumpen. Da laden wir in die Lumpen. Ne Kampfattacke ist, glaube ich, ganz okay, oder? Weißt du was? Ich dropp den hier jetzt einfach. Er droppt's. Ich dropp den einfach. Oh! Ne! Z-Rückkehr, oder was ist das? Z-Normal. Ja, Z-Rückkehr. Der Junge hat richtig Panik. Ah, ist mit Resisted. Ich denke, das tank ich sogar noch. Aber das sollte halt trotzdem guten Damage noch haben. Ich meine, ich habe halt keinen Switchen. Ich meine, das sind halt Kampf-Pokémon. Es ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig. Jawoll, leg dich. Ich wollte auch S-Bianca nehmen, weil ich sagst, so ein Bild hat, ist schon richtig sick. Ja, das wäre echt cool. Oh, bitte, 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 bitte. Ah, sadness. Tank ich. Ah, das war eine Roll, das war eine Roll. War das effektiv, oder? Na, es geht. Es geht. Es geht. Fast hätte es gemacht. Hat wahrscheinlich fünfmal getötet. Ja, es geht so. Okay. Okay. Hab ich das gut gemacht? Du hast ihn gut geklatscht, ja? Also das, was er wollte, hast du erfüllt. Ja, wollte gerade sagen. Alle Wünsche erfüllt. Okay, okay. Küsst mich, Alter. Küsst mich. Der Typ ist heute richtig horny drauf. Ja, ich merkte das. Ja, klatsch mich, küsst mich, Alter. Ich hab wirklich die fetische. Das finde ich jetzt aber gar nicht so nice. Okay, was willst du tun? Frag mich doch nicht immer. Hä? Ich hab das Team ausgesucht, Alter. Kämpf doch mal damit. Okay. Kannst ja nichts alleine. Kann ich auch nicht. Das ist echt so. Ich kann nicht viel. Aber das, was ich kann, ich muss Kario schützt. Der Meme muss real bleiben. Der muss real. Drunkboy. Drunkboy. Bin ich das? Also, wenn du so eine Gurgel hast und ein Adamsapfel ist totes. Stell dir mal vor, du hast so einen Adamsapfel da hängen. In der Größe von einem Medizinball. Das wäre schon echt sick. Steigerungssieb, let's go. Er macht einfach gar nichts, ey. Ja, ist okay. Aber er gibt nur einen Hansapfel. Okay. Jetzt sweep ich einfach mal. Timo sitzt auf hier, Alter. Ich hab richtig Bock. Schauen wir mal. Patronieb. Ja, das macht nicht viel. Ist okay. Zwei macht es oder so. Wah, das macht er ehrlich nicht mehr. Und das wird easy killen, oder? Ja, das macht die kill. Oder ganz... Ich glaube, ich glaube nicht, dass er gemettet hat. Ja, ich bin... Spass, ey. Ich sag's dir, Mann. Ich gewinne es noch. Jetzt kommt mein bestes Pokémon. Ah, für Kaya. This girl is on fire, ey. Auch wenn sie cheap ist sie jetzt erst. Danke. Ich kann mit deiner Männlichkeit nicht umgehen. Das tut mir leicht. Oh, das ist ein Fokusquart. Klar ist das Fokusquart. Ist auch das normalste Set der Welt, oder? Ich kann es mir halt echt vorstellen. Kaya hat die Sets ausgesucht. Okay. Tempo heat. Tank ich. Nee. Bitte. Bitte. Leute, was? Was? Ist es Bandit? Weiß ich nicht. Ist es Bandit, Kaya? Ja, Leute. Oh, weiß ich nicht, du. Das habe ich mal ganz spontan. Ja, ist Bandit, glaube ich. Kaya, glaube ich. Das hat super entschieden. Glaube ich, hat das ganz gut entschieden. Warte mal. Das kann gar nicht beendet sein. Kaya hat beim CPP auch eigentlich den ersten Platz gemacht. Hat es aber Lauris geschenkt. Naja, dachte ich mir schon. Verkleidet. Verkleidet? Warst du etwa der Typ mit der Maske? Maybe. Timo, wo ist dein Switch in ein Tempo-Hieb-Panferno? Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Trink mich. Ich muss sagen, die Namen sind individuell, ne? Ja, danke mal. Ist das jetzt auch noch irgendwie irgendwo zweideutiges Leber oder ist es schon vorbei jetzt? Du kannst gerne von ihm trinken, wenn du magst. Drei-deutig. Vier-deutig, Alter. Für jede Zitze. Fünf-deutig, Alter. Helfen da. Für jede Zitze. Okay, jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's los. Alter. Love is in die Erde. Bianca ist on fire, Mann. Bianca liebt mich. Machst du jetzt... Holst du ihn jetzt raus? Ich hole ihn jetzt richtig raus, Mann. Hol den Walzer raus. Oh, nö. Warum? Jetzt geht's jetzt richtig los, Mann. Hol doch mal den Walzer raus. Oh. Oh, mhm. Delicious. Sweet. Treff ich? Liebe ist so scheiße, ey. Ich sag's dir, Mann. Bianca ist einfach... Alter, du bist so raus. Liebe ist kacke, ey. Verständlich, Mann. Ich hab mich richtig verknallt, grad in dieses dicke Ding. Oh, schau, ey. Yes. Nee. Nee, Tang. Das denkst du, oder? Easy. Aber ich bin verwirrt, ne? Als ob es deine große Liebe wäre. Meilltang, nein! Geh nicht, geh nicht ins Leben. Ich brauch deine Zitzen noch. Hey, ich stell dir mal vor, dass so ein Meilltang zuhaut ist richtig praktisch. Das war voll geil. Also jeden Morgen frische Milch. Das wär älstlich. Milch. Alter, ihr kommt easy durch hier, ey. Und jetzt kommst du nicht durch. No. Ah! Boah! Mmh! Mh! 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 Lecker! Kumo Milch! Wie ist das denn? Komm, willst du auch mal an meine Tüte-Nuckeln? Nein, danke. Wenn du so fragst, auf jeden Fall. Hallo, nur weil du Allergiker bist oder sowas. LOL! Was machst du denn? Verdammt. Ah! Trink mich ist einfach übel gut. Weißt du, das ist ein Machomei, aber hat gar keine Chance gegen Milch. Machomei ist da gar nichts gegen, Alter. Absolut nichts. Aber weißt du was? Ich hab die ultimative Waffe gegen einen Trink mich. Der trinkt den weg wie Aktimel, Alter. Pasch mal auf, Alter. Jetzt aktiviere ich die Abwehrkräfte. Kefko-Sport! Nein! Oh, yeah. What you gotta do? Meine absolute Schwachstelle. Was soll ich nur tun? Kefko-Sport würde ich jetzt vernichten, mein Freund, mit seinem... Warum hat er nicht so ein Schwer da durch die Brust gesteckt? LOL! Ich dachte, das ist ja... Yo, Alter, das trippt einfach bis nach Kanada. Und zurück. Weißt du, was das ist? Und zurück. Ist es sie, Close Combat? Nee, es ist sie, Power Punch. Yo! Alles klar! Ich dachte mir so, wenn das schon der Kefko-Sport ist, der hat die ultimative Power. Das ist... Der ist ja richtig krass. Also, es sieht ziemlich cool aus. Das ist das Leben, dem ich hin einfach, Alter. Ich konnte deine Kuh nicht überleben lassen. Es tut mir leid. Das ist okay. Die muss geschlachtet werden. Auch eine Kuh muss mal... Auch eine Kuh muss mal geschlachtet werden. Erst trinken wir sie und dann... Eigentlich musst du jetzt noch so ein Steak reinwerfen und so. Iss mich. Nicht gut? Meinst du etwa... Den hier? Den hier. Du predigst einfach meinen Namen... Du predigst einfach meinen Namen immer, wie beim letzten Part mit Walraiser. Das war auch geil, ey. Er hieß einfach Walraiser. Okay, überlegt den Namen, guckt mir gleich seine Pokémon an, was er noch haben könnte. Das ist das einzige Battle, was wir haben. Ja, ist okay. Ich mach das hier mal in den Fokus, Alter. Para. Stirb. Alter. Alter. Was? Jo! Was? Der nimmt da den Kämpfenspult auseinander. Der ist ja sowas von Bandit, der Junge, Alter. Wer weiß, Mann. Wer weiß. Wer weiß. Ich bin nicht Bandit. Maybe. Turm, Turm. Ja, das ist ein Turm. Hey, lol. Okay, er hat noch einen Hytera. Ei mich vielleicht. Ei mich. Was ist das denn? Und der USA Ring heißt bestimmt Knuddel mich oder so. 100 Pro, ich kenn Timo. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Hey, man muss sagen, dass es trotzdem richtig spannend ist. Es steht halt immer noch 3-3. Ja, ja. Aber. Aber medital ist es halt. Man muss es ja, man muss es spannender machen. Der Kämpfospor, der konnte nur einmal entfalten, was er hat. Danach ist er wieder drunken, abgestürzt. Jetzt kommt Turm, Turm. Jetzt haben wir nur noch. Alter, ey. Das ist nicht gut. Das geht nicht, oder? Kill, 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 kill. Nein, Para, nein. Triff nicht. Nein, irgendwas. Fängst du, oder? Ah, ah. Sadness, Mann. Boilhelm Damage. Ne, ich hatte tatsächlich Life-Op. Life-Op war der? Alter, das hat so gereicht, das war krass. Ja, ja. Es ist halt Life-Op, Schierforce, Mann. Fight me. Es ist einfach der Einzige, der nichts mit mich heißt. Aber Bekämpf mich ist halt einfach zu lang, Mann. Fight me. Wie mein Dick. Könnte das der Scarfer sein? Für mich. Wie, weiß nicht, Mann. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe einen richtig schönen Puschelschwanz. Aber gefällt mir. Der ist richtig cute. Oh, ohne Schuss. Ah, bitte tag. Tag der nicht, oder? Nein. Er wollte gefightet werden. Dafür ist der Puschelschwanz zu Puscheln. Das stimmt, ja. Okay, jetzt kommt meine Geheimwaffe, Mann. Er war zu weit. Was schätzt du, was schätzt du jetzt das Ding? Liebe mich. Oh. Liebe dich. Wir beenden es mit der Liebe, Mann. Liebe ist das, was am Ende zählt. Weißt du, was ich dagegen die Liebe habe? Ein Turmkick. LOL. Wechselt raus. Affe Kaya, oh, LOL. Das ist, das ist mein Lauf, Alter. Huch. Hallo, wie willst du, wie weit willst du mit mir herunnen? Alter, holy shit. Das sieht ja richtig cool aus. Der Misch ist richtig nice. Ähm. Wollen wir es cool beenden? Der Game ist cool. Vielleicht hat Timo noch eine Chance, das zu tanken. Safe. Flammblitz. Gehen wir vom Flammblitz jetzt. Tank ich. Wie, als wäre es nichts. Alter, gefoodet habe ich den. Oh, ja, genau. Gemäldert. Riedi, das wäre jao. Der stürmt einfach. Kaya ist nicht zu gebrauchen. LOL. Das kannst du eigentlich gut. Ich glaube, auch ich. Aber man muss es positiv sehen. Es war nur, ne, 2 zu 0. Mit Kaya ist die Liebe gestorben. Die sind gleichzeitig einfach gestorben. Echt, ey. Ja. Muss ich mir Gedanken machen, glaube ich. Das ist ja ganz schön tief. Okay. Okay. Ich habe es euch gefallen. Das ist auf jeden Fall eine positive Wert. Und da haben wir auf jeden Fall auf Darius' Kanal auch ein Video aufgenommen. Deswegen schaut euch auf jeden Fall vorbei. Und schaut euch auf jeden Fall auch bei der Kaya vorbei. Und dann würde ich sagen, sieh uns aber nächstes Mal mal great. Tschüss. Okay.